Wir möchten euch heute unser neues Projekt vorstellen. Wir waren vor circa sechs Wochen zuletzt in Nordirak und wollen jetzt eine neue Reise starten, da sich aktuell ja die politische Lage, die Sicherheitslage im Nordirak verändert hat. Hörte ich. Habe ich mal gelesen. Wir möchten euch heute unser aktuelles Projekt vorstellen. Wir waren vor circa sechs Wochen im Nordirak im Bereich der Autonomie. Autonome Regionen. Genau. Wir möchten euch heute aktuell... Das sind mir herrliche Outtakes. So, also. Wir möchten euch heute aktuell... Nein, wie komme ich auf aktuell? Wir möchten euch unser Projekt vorstellen. Vor circa sechs Wochen waren wir in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak und haben Informationen gesammelt, recherchiert an verschiedenen Orten. Und... Und...